Der Baufheber Adventskalender präsentiert von Benny. Ho ho liebe Freunde, ich begrüße euch zum Baufheber Adventskalender. Dieser Adventskalender geht vom 1.12. bis 24.12.2018. Heute öffne ich zusammen mit euch das 9. Türchen. Türchen, öffne dich! Und heute befindet sich in Türchen 9 5 Fanpackchen, bestehend aus einer Rosie, einem Benny Autogramm, einer Baufheber DVD Hülle und einer Baufheber Karte. Um bei der Baufheber Adventskalender Gewinneraktion teilzunehmen, musst du dir auf www.bauauf-weber.com einen kostenlosen User-Account erstellen und anschließend deinen Baufheber Username in die Kommentare schreiben. Anschließend wird bis Ende des Tages, an dem dieses Video hochgeladen wurde, ein oder mehrere Gewinner gezogen. Wichtig ist, dass dein Username auf Baufheber registriert ist. Solltest du gewinnen, werde ich dir eine E-Mail an die auf bauf-weber.com von dir hinterlegte E-Mail-Adresse schicken. Viel Erfolg und ich freue mich auf das nächste Türchen. Bis morgen meine Freunde, liebe Grüße, euer Benny.